Willkommen liebe Freunde, zurück bei einer weiteren Folge Zombie Army Trilogy. Mit dabei ist wieder der Ingrid. Hallöchen! Und wir stehen jetzt hier vor dieser Kirche, ist es? Eine Kirche? Sollte es mal gewesen sein, mit einem tollen Peter Krampf dran. Ich will hier eigentlich gar nicht rein, aber wir müssen, oder? Ich denke wir müssen, ja. Ganz routiniert. Eine Flinte. Ah, was gab's? Eine Preacher? Nee, war nur ganz viel Munition. Achso. Oh, hier langweilig. Okay. Ich hab das Gefühl, wir müssen da hoch, tatsächlich, aber... Ähm, ach so stimmt, hier ist der Ausgang? Ach, hier hinten geht's hoch. Ah, okay. Wahrscheinlich dürfen wir immer wieder eine Kirche verteidigen, oder so. Ja, irgendwie Stellung halten, oder so, wie das dann. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Ja, hier ganz stark davon aus. Bette die Toten zur letzten Ruhe. Oh, muhaha. Okay, gibt's noch mehr davon? Ja, dann mal los. Boah. Hier gibt's natürlich tausende Eingänge. Ich komm ihn hier mal wieder, ne? Ja, alles klar. Ganz routiniert. Alter, bin ich schlecht. Ja, es gibt hier, glaube ich, drei Eingänge, hier unten. Und es gibt auch zwei Eingänge nach oben. Wir haben mal die Treppe und... Also, ja, und noch eine andere Treppe. Aha. Aha, eine Treppe und noch eine. Alles klar. Können wir mir vorstellen, dass wir gleich mit dem Schiff abgeholt werden, weil hier hinten ist ja so komische Wasser drin. Das könnte natürlich sein. Oh, oh, die sind hier schon drin. Hä, wie sind die an der Mine vorbeigekommen? Hä? Ach, kacke. Die Mine so scheiße gelegt, die können direkt dann vorbeilaufen. Ah, sehr gut. An zwei Minen laufen die direkt vorbei, ja, das ist super. Richtig gut hingekriegt. Schieß doch einfach auf... Oh, lol. Einfach auf eine Mine. Ja, stimmt. Hier sind irgendwo ein Selbstmörder. Die sind schon drin. Dreh dich um am besten. Dann kommst du dir hoch. Ah, ne. Da war noch Stolper da. Na, da konnten sie nicht vorbeilaufen. Ich hab's mit meinem Zombie aus Versehen arm abgeholt. Schossen. Das ist fies von dir. Das wollte ich nicht. Du bist wirklich ein fieser Müt. Okay, hier kommen schon viele rein. Ja, voll von den... Oh, jetzt Selbstmörder. Oh, Leute. Was machst du denn? Ja, der Selbstmörder hat irgendwie... Da bin ich aus irgendeinem Grund in der Explosion mit drin gewesen. Okay. Wir sollten das doch oben verziehen. Ja. Bin ich auch für. Ich werfe eine Granate runter. Oh, selbstmörder. Ah, steck mich fest. Sehr gut. Haha. War alles zu verstopft. Sehr gut. Sollte ich ganz schön an sagen, ne? Ja, hier ist echt was los. Oh, ich bin am Nachladen. Oh, fuck, 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 fuck. Ach komm, es muss ja wohl reichen, wenn ich dir den Hals schieße. Okay, so. Oh, fuck. Oh, fuck. Hier ist ein Mgz-Hobby. Scheiße, ich bin... Oh, bist du, bist du, bist du... Oh, der ist einfach direkt in die Ecke gestiegen und hab mich geballert. Der ist schon drinnen hier. Ja, sollen wir auch ganz schön rausgehen? Ich... Ich... Ja, stimmt. Das... Ja, hört sich gut an. Das ist gerade nicht, wo er ist. Da müsste ich... Aber ich sehe die Schüsse schon. Oh, 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 oh. Okay, ich habe zweimal getroffen. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe Tampons. Na, jetzt sehe ich wieder. Ja. Das stimmt, dass man sich bücken kann. Irgendwie, das habe ich glaube ich jetzt... Das zweite Mal bücke ich mich erst in dem Spiel jetzt hier. Ah. Oh, Helm's up. Sehr gut. Oh, ja. Den machen wir. Mann, ich treffe ihn einfach nicht. Ne, ich hoffe, ich die solche sind unternehmen, ey. Jawoll. Jawoll. Gar kein Problem. Ist echt so. Gib dich zum Versteck. Wo ist denn das? Ach, hier. Das muss man auch jetzt mal finden. Und ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass wir da hinten durch die Kirche müssen. Aber hier, komm, das ist auch viel schöner so was. So ein Graben. Und Graben. So ein Auerraum. Hans ist stark! Oh guck mal, das Kett wieder sinkt. Wir hatten da hinten noch geradeaus weiterlaufen. Das hat sich immer noch mal geben. Lass ihn mal da. Ja! Kein zufüllen. Kein zufüllen. Kein zufüllen. Kein zufüllen. Ja. Ich denke mal. Okay. Oh hinter dir? Boah! Wie hängen über so komisches Gellett herum. Richtig mies. Hm. Okay. Ach guck, jetzt kommt die Frosse an. Ach wie geil. Wie sind Schweine. Okay. Boah wie geil das aussieht. Okay. Okay. Gut. Das mit 11. Ja. Irgendwas. Vor Feuerwehr. Krankenwagen. Ja ja. Ist ja ganz normal bei dir da. Oh eine Preacher. Ja. Okay. Die nehme ich mit. Mach das mal. Oh ja. Die brauchen wir. Ja dann benutze ich die Drakkenhaar. Ja ja. Sehr gut. Alter ist das Ding bescheuert. Ist das Ding bescheuert. Na. Ist das Ding bescheuert. Ja. Lass mich raten. Hier kommt gleich raus. Hä? Ah ja. Warte ich werfe mal eben eine Granate rein. Ich glaube das lohnt sich wohl. Hoppala. Das hört einfach nicht auf. Ich wollte gerade sagen. Was ist denn da los? Unten bleiben Jungs. Okay. Ah ja. Das ist ganz klar. Ja. Ich würde sagen genauso wie gerade. Ja wie geht das auf? Ich glaube ich muss ziehen. Einfach erstmal wegschießen die Jungs oder? Könnt sein. Ah ja. Wir haben direkt eine Granate rein. Ja. Kommt alle zusammen zum Priester. Los. Gruppen bilden. Sammelt euch. Das ich habe auch bei der Preacher auch jedes Mal sonst das Gefühl, dass ich Munition verschwende, wenn ich nur eins oder so damit treffe. Äh. Jetzt muss ich schon auch leer. Ja. Für meine Augen. Aber Combo 51. Ach krank. Ah läuft bei dir. Oh da kommen wieder welche. Achso. Spilette. Ich glaube wenn ich die Combo versauere bin ich richtig traurig. Boah das gibt natürlich jetzt richtig viele Punkte ne. Ach krass ja du hast auch. Ja. Viermal so viel wie ich. Oh Leute. So. Normale Flinte wieder dabei. Willst du die Preacher nicht mehr nehmen oder? Ne ne. Munition ist alle und man kriegt keine neue dazu. Ach kriegt man gar nicht okay. Ich dachte wenn man sammelt. Also von den leichten sammelt. Okay. Der nächste schmale Gang vollgestoppt mit zombies läuft. Wie die Galate kommt. Die Musik ist auch wie richtig geil ne. Kombo abgebrochen. Neiiin. ich habe versagt die musik ist klasse solo das nennen kann ja danke wieso danke ich habe nichts gemacht was ist dann neben mir explodiert ich das wäre eine granate ich habe gerade eine sehr merkwürdige killcam bekommen ohne kugel einfach nur der zombie verdammt ich war ganz nah bei ihm ich dachte erst inzwischen du kennst wie ich sterbe aber alter doch laden da kommt weg natürlich weil beide stehen einfach direkt neben ihm dann habe ich nicht mehr gesehen und hier ist die kommen immer näher was soll das das war jetzt nicht so krass hier warte ich hier hinten vielleicht noch irgendwie ja 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 auch nichts ja 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 kein stress für hans alles für hans aber keiner von uns ist hans das ist schon mal gut so russischer bahnhof siehst du hier an den flaggen ja da war auch gerade so ein russisches propaganda plakat das wundert mich jetzt das ist schon eingenommen ja klar ist jetzt am ende des krieges ja ja aber wir müssen hier draußen auf den steg da fühle ich mich immer richtig sicher wenn man sich auf dem steg verteidigen muss ja auf jeden fall so funkgeräte benutzen wieso sitzen hier funker hier so außen das ist doch krank naja das ist ganz normal der wollte nur sitzen da sicher das stationsgebäude natürlich die zombies kommen einfach aus dem wasser gekrochen ja super aber gut wenigstens kommen die hier nicht einfach so hochgeklettert sondern rennen erstmal zum strand ja das stimmt obwohl hier kriegt auch einer hoch naja jetzt kommen wir von hinten wirst du sollen wir hin sollen wir ins gebäude gehen jetzt aber auch schon sorry aber ich würde sagen hoch ins gebäude ne so gebäude dann rum ok ich komme naja hier ist position und so alles naja sehr gut dann verschanzen wir uns hier mal wieder würde ich sagen ja ok die kommen jetzt aus allen richtungen ne ja ja hä was hatte ich erwartet ja was glaubst du denn aber es gibt nur zwei Wege nach oben das ist ganz gut ja das hält meint schon mal etwas so auch vom wasser her die sind jetzt alle tot dann kommen noch über die bahngleise welche ja aber die habe ich gerade unter beschuss oh lol er duckt sich die paar die hier unten drin sind habe ich jetzt gekillt ok war doch gar nicht so krass ich dachte der ansturm wäre jetzt richtig übel ich dachte ich auch das wäre jetzt gut ja ich hänge in die drin also jetzt geht es ok wirst du das gemacht hä hier sind auch wieder welche natürlich ja da kommen ja richtig viele von ja von da wo wir herkommen aus dem wasser halt ne ne tatsächlich auch von den bahngleisen wieder ok die oh fuck oh fuck die sind alle umgedreht zu mir was ist mit denen ok ein halb mit schrotflinte ja die drehen sich die ganze Zeit wieder um ne oh da ist ein einer mit MG oh shit von wo da ganz hinten ne ich komme wieder von der anderen Seite hoch jo also so jetzt doch ganz schön viele oh hab ich nicht meine Fresse gehalten ah eben ist ja schon ab oh lol ah gut du musst ja nicht sofort down sein du musst ja nicht sofort down sein yo er ist fertig nice ja kein Problem ja kein Problem ich gehe wieder hier hinten rum oh lol hier kommt einer ohne armung hoch er ist gesehen wie der eine zum wie sich gedreht hat würde gesehen wie der eine zum wie sich gedreht hat nachdem ich ihm eigentlich schon erschossen habe ein bisschen komisch so ziel erreicht ah ziel erreicht so aufmonitionieren reicht dir das Funkgerät ok was für ein Funkgerät ach so hier äh nein ich habe eine Granate geworfen aus für ihn weg 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 nun oder jetzt muss ich hier eben три muss ich auch das unten nehmen ne oh Das heißt also, wir müssen wieder zurück nach Berlin, ne? Ja. Müssen wir wieder zurück. Schön, aber wahrscheinlich Höhle des Löwens, wahrscheinlich ins tiefste Zentrum oder so der Nazis, wo sie waren. Ja, einfach nochmal wieder zurück. War so schön in Berlin. Ja, genau. Nochmal das lustige Relikt einfangen. Was heißt einfangen? Holen. Ja, genau. So. Genau. Gesamte Spielzeit 28 Minuten. Das war ja schon wieder perfekt. War souverän runtergespielt. Auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, es geht dann weiter in der nächsten Folge. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet wieder ein. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.